Bude, nördlicher Polarkreis. Es kam auf Freundschaftenjahren genauso wie auf Musik. Wir werden gleich rausfinden, was die Juroren entscheiden. Hier eine schnelle Rekapitulation, ein Schnelldurchlauf des Abends. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dass es eine Gabe ist von unserem Vater da oben im Himmel und wir müssen was dafür tun, sagt Leonard Baumgartner aus Österreich, der diesen Wettbewerb gewonnen hat.